Musik Das Dorffest ist eines der Höhepunkte im Sommer der Marktgemeinde St. Michael. Ausgerichtet wird es heuer zum vierten Mal von der Kultur- und Dorfinitiative sowie dem Kulturreferat der Marktgemeinde. Viele Oldtimer-Fans haben sich schon rechtzeitig einen der vielen Schattenplätze am Dorfplatz gesichert. Den Auftakt machte die Marktmusikkapelle St. Michael. Nicht nur kulinarisch werden die Besucher verwöhnt, sondern vor allem auch flüssig und kühl, denn das Wetter kratzte an diesem Wochenende knapp an der 30-Grad-Grenze. Es spielt wieder Pleasant Heat am Nachmittag. Das ist die Claudia Künstler mit ihrer Band. Aber vorher kommt die Murtall-Klassik. Das ist heute das Highlight. Wird uns von der Marktgemeinde gesponsert und fahren 200 Oldtimer durch sein Mikkeltuch. Wir können unsere Gäste begrüßen und bewirten mit der Marktmusik und die Vereine, die die Gastronomie für den Platz machen. Das lange Warten wurde dann endlich belohnt, als die ersten Motorengeräusche durch die Gassen halten und der Duft von Öl und Benzin in der Luft lag. Die Gäste begrüßen und die Gäste begrüßen und die Gäste begrüßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020